Sondermodelle von Husqvarna und Replay Willkommen bei den Nachrichten von Motorcycles.News In Zusammenarbeit mit der Bekleidungsmarke Replay bringt Husqvarna drei Sondermodelle auf den Markt. Umgebaut wurden die Wiedpielen 701, 701 Supermoto und 701 Enduro LR. Damit wird die Zusammenarbeit der beiden Marken intensiviert. Bereits seit 2020 zirrt das Replay-Logo die offiziellen Moto3-Maschinen von Husqvarna. Von den drei Sondermodellen sollen insgesamt nur zehn Stück gebaut werden. Jede Sonderedition hat ein neues Farbschema und Logos, die das Husqvarna und Replay-Branding widerspiegeln soll. Daneben sind sie auch mit speziellem technischem Zubehör von Husqvarna ausgestattet. Die zehn Sondermodelle stehen allerdings nicht öffentlich zum Verkauf, sie sollen an ausgewählte Promis vergeben werden. Neben den drei Replay-Editionen plant Husqvarna noch eine Sonderserie in Zusammenarbeit mit Replay. Die entsprechenden Modelle sollen in einer Reihe von Replay-Pop-Up-Stores in Europa und Japan ausgestellt werden. Danke fürs Schauen. Deine Sondermodelle